ja es ist soweit willkommen zurück auf meinem youtube kanal mein name ist el jeffe und es ist an der zeit für celebration pokémon ist dieses jahr 25 jahre alt geworden das ist ein riesen meilenstein das ist ein vierteljahrhundert stellt euch das mal vor ein vierteljahrhundert 25 jahre ein und dasselbe manga anime und sammelkartenspiel und aus diesem grund hat pokémon ein wunderschönes set rausgebracht und zwar das 25 jährige jubiläum set celebrations hier auf diesem kanal werden wir jedes einzelne produkt davon öffnen angefangen mit dieser wunderschönen etb die elite trainer box wir werden uns die ganzen produkte genau anschauen wir werden sie öffnen und schauen ob wir das set vollständig bekommen oder eben nicht ich bin richtig gehypt auf das hätte ich habe zwar schon hier und da was davon geöffnet aber noch nichts hier auf diesem kanal und das werden wir tun bevor wir loslegen würde ich euch darum bitten abonniert doch gerne meinen kanal so verpasst ihr zukünftig keines meiner videos wenn euch das video gefällt lasst auch gerne einen daumen nach oben da und ihr könnt jederzeit gerne etwas in die kommentare schreiben ich versuche jeden einzelnen von euch zu antworten so ich würde sagen wir fangen an mit celebrations time und let's go ja hier haben wir diese wunderschöne etb elite trainer box von celebration zum 25 jubiläum von pokémon die box an sich sieht sehr sehr schön aus hier hinten sieht man auch was drin ist aber wir gucken uns das ganze natürlich genau an von innen das heißt wir öffnen zuerst einmal diese box und schauen uns das ganze mal an so zuerst einmal haben wir natürlich hier immer die verpackungshülle innen drin haben wir diesmal kein poster wie sonst bei den etb hier haben wir das heft von celebration das schauen wir uns auch an hier sind ein paar informationen meistens drin und welche es gibt einmal halt hier das basic set und das classic also dann sieht man hier auch die promo karten und was sonst noch da drin ist und jetzt kommen wir zu den karten hier sieht man einmal die einzelnen karten aus dem set die hier in celebration drin sein werden hier geht es auch weiter bis zu dem goldenen view und ab hier beginnt das site set im endeffekt wo dann alte artworks aus älteren set drin sind wie zb tour talk lorak und bisa flor aus dem base set von 1999 oder hier der falsche professor eich ebenfalls aus dem base set wenn ich mich nicht irre ja müsste aus dem base set sein weil und hier haben wir aus dem rocket set oder gym challenge haben wir eine karte dabei hier aus der black star promo reihe und so weiter und so fort hier haben wir auch das gold star nach tara mit bei und hier hinten haben wir auch noch welche insgesamt besteht das celebration set aus 50 einzelnen karten hier haben wir die etb finde ich sehr nice einfach schwarz weiß mit dem kopf von pikachu zum 25 jubiläum sieht sehr schön aus die box kann man machen so man haben wir hier natürlich wieder papier 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 wir haben zum einen hüllen von celebration mit dabei bekommen die sind gut wir werden die bestimmt gleich brauchen dann haben wir einen kot der ist natürlich für euch bitteschön 321 gönnt euch den kot dann haben wir eine greninja gold karte gold star karte es ist eine sword and shield black star promo auch sehr cool dass die dabei ist somit haben wir unsere erste gold star karte beim öffnen dabei dann haben wir natürlich wieder ein packet energie karten wir haben ein regelheft beziehungsweise ein spiel regelheft wie das ganze spiel denn so funktioniert dann haben wir schadensmarken und würfel dabei wir haben natürlich trennwände dabei und wir haben auch booster wir haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn booster von celebrations ein darkness the blaze zwei darkness the blaze ein battle style ein vivid voltage und ein chilling raygen booster das ist der inhalt der etb und ich würde sagen wir machen platz die höhlen die bleiben natürlich und ich würde sagen wir beginnen auch direkt mit den celebration booster nummer eins und schauen was das jubiläum das set denn so zu bieten hat es ist schon krass 25 jahre lang yugioh yugioh noob 25 jahre lang pokémon ich bin wieder mal aus dem häuschen und verwechsel wieder hunderttausend sachen so hier haben wir ho ho in holo wir haben palkia in holo wir haben imposter professor oak das ist einer aus dem side set und wir haben pikachu und ein code für euch natürlich 3 2 1 gönnt euch so dann werde ich die ganzen karten erst einmal in hüllen packen bevor wir sofort weiter auspacken und dann schauen wir mal was im zweiten booster steckt wir haben auf jeden fall schon mal eine karte aus dem side set die karten aus dem side set sind natürlich definitiv seltener als die karten aus dem normalo set also die ersten 25 karten sind nicht so rar wie die 2 25 hier haben wir auch schon direkt wieder eine neue weitere holo weil das ganze set besteht nur aus holo karten zum einen haben wir hier xerneas kosmö 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 dann haben wir dialga und wir haben professor research eine weitere top karte hier haben wir auch den code für euch 3 2 1 gönnt euch ich habe mich irgendwie geschnitten glaube ich hier hängt so hautfetzen so dann packen wir das ganze doch auch mal ein ich würde sagen das doch schon ganz gut für zwei booster packs kann sich sehen lassen so dann beginnen wir jetzt direkt mit dem dritten booster celebration und schauen mal was sich dort drin befindet wir haben kosmog wir haben grodon wir haben lugia und wir haben surfing pikachu und natürlich wieder für euch den code von celebration so surfing pikachu grodon wir haben kosmog und wir haben lugia schon mal ein paar mehr hüllen raus da wir ja noch einige booster haben so nun kommen wir zu dem vierten booster pack und da haben wir auch schon unsere erste doppelte karte und zwar kosmog wir haben reshiram palkia und lunala sehr schöne karten sind das auch die artworks gefallen mir sehr hier zum beispiel bei lunala ist auch die trainerin mit bei aus sonne und mond ich habe den namen jetzt vergessen war es dosia ne ich bin mir nicht sicher deswegen ne lili war das doch müsste lili gewesen sein ich bin mir nicht sicher deswegen einfach mal den mund halten und weitermachen mit dem fünften booster und wir schauen was wir hier ziehen werden wir haben hoho in holo wir haben kyogre wir haben rocket sapdos sehr geil und wir haben solgaleo und dann für euch der code 321 gönnt euch und der code aus dem vorherigen packet gehört auch euch 321 gönnt euch also ich persönlich finde das set sehr nice was mich halt anspricht ist es sind alles holo karten hat man auch nicht immer sehr selten halt und es sind halt viele artworks aus dem aus den älteren sets dabei aber auch viele neuere schöne karten und da hat pokémon sich halt was schönes einfallen lassen zum 25 jubiläum kann man mal machen ist halt very nice und hier wieder der code für euch 321 gönnt euch den code und weiter geht's und wir haben wieder lugia cosmeum oder cosmoem dann haben wir gachom c level x auch eine sehr sehr geile karte und wir haben noch einmal lunala das ist wieder eine schöne karte aus dem side set bereich das nimmt man doch gerne mit natürlich ist wie immer glue rug mein favorite den ich gerne ziehen würde aber auch ein turtok visaflor oder die goldene mu karte wäre hier für das erste video doch ein schönes äh ein schöner hit hier wieder für euch der code 321 gönnt euch aber ob wir es nun ziehen oder nicht wir werden auf jeden fall jedes produkt öffnen deswegen ist es nicht so schlimm wir müssen heute nicht ziehen wir haben grodan wir haben ho wir haben palkia und wir haben mu das ist doch schön also kommen wir ja schon gut voran das mu hatten wir nämlich auch noch nicht in der sammlung und somit wieder ein stückchen näher an der vervollständigung des sets so es sind noch 1 2 3 booster übrig von celebration also nicht mehr allzu weit entfernt vom ende hier haben wir den den code wieder für euch 321 gönnt ihn euch und dann haben wir hoho wir haben xerneas wir haben kyogre und noch einmal professor research das zweite mal leider dieses mal nur doppelte in dem packet gehabt schade schade aber es kann ja noch was kommen wir sind ja noch nicht am ende es geht weiter mit dem nächsten packet und dann schauen wir mal was wir hier feines drin haben und da haben wir wieder eine karte die wir bisher noch nicht gezogen haben aber vorher gibt es für euch den code in 321 gönnt ihn euch wir haben zekrom wir haben lugia und wir haben das birthday pikachu sehr sehr schöne karte oder was sagt ihr dahinter haben wir noch einmal surfing pikachu aber das birthday pikachu gefällt mir sehr gut es ist eine wunderschöne karte und passend zum 25 jährigen jubiläum von pokémon ein absolutes muss dann tüten wir noch schnell den rest ein hier bevor wir uns an das letzte packet begeben von celebration und dann haben wir aber noch andere booster packets so wir beginnen jetzt erst einmal mit den letzten und hoffen dass wir noch etwas schönes ziehen aber ich bin auch so schon zufrieden wir haben ein paar coole karten gezogen hier haben wir die jalga wir haben Cosmoim Cosmog und Solgaleo und hier noch den code für euch gönnt ihn euch und dann packen wir das ganze noch in die Sleeves ein und schauen mal was sich da noch alles beginnt beziehungsweise was wir hier hatten das alles haben wir aus den ersten 10 Celebration Boostern gezogen es sind viele Holos dabei und eine ganze Menge Sideset Karten und die Full Art von Professor Research sogar zweimal so die restlichen Booster die legen wir auf Seite und werden sie in einem gesonderten Video öffnen denn erst einmal geht es hier um das Celebration Sonderset hier noch einmal die sehr schöne Greninja Goldstar Karte die wir dabei hatten und die Birthday Pikachu Karte die ich persönlich super nice finde ist ein Reprint aus der Wizard of the Coast Blackstar Promo Reihe sehr nice Okidoki ich würde sagen wir switchen die Kamera und kommen zum Abschluss des Videos das war unser erstes Celebration Opening hier auf diesem Kanal es war die Elite Trainer Box von Celebration zum 25 jährigen Jubiläum von Pokémon im nächsten Video werden wir auf jeden Fall die Dragapult Prime Box öffnen denn dort befindet sich auch was Nices zum Sammeln also schaltet wieder ein und verpasst keines der 25 jährigen Jubiläum Celebration Sonder Edition Openings hier auf diesem Kanal denn wir werden jedes einzelne Produkt von Celebration öffnen ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lasst gerne einen Daumen nach oben da ich würde mich sehr freuen gerne dürft ihr auch meinen Kanal abonnieren ihr helft mir weiter es kostet euch nichts es wird super freundlich von euch und gerne natürlich dürft ihr mir in die Kommentare schreiben was ihr von dem Set haltet wie viel ihr schon geöffnet hat was eure Lieblingskarte ist oder worauf immer ihr Bock habt mir zu schreiben ich werde mir alles durchlesen und versuchen jeden einzelnen von euch zu antworten ich danke fürs zuschauen und würde sagen bis zum nächsten Mal bis dann Ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.